Hallo Leute, Toiletten-Talk. Nachdem der Freizeit-Guru auch mal gezeigt hat, wie eine öffentliche Toilette aussehen kann, dachte ich, mache ich das auch mal. Ist zwar ein bisschen scheiße hier, aber eigentlich ist es ein wunderschöner Pinkel-Spot. Auch einfach mal vielleicht so ein Local-Guide für Berlin. Also man hat halt hinter sich, hat man halt so einen Parkplatz. Das bedeutet, ist natürlich scheiße, wenn da gerade jemand einparkt und du stehst hier und pisst. Das sieht natürlich scheiße aus. Aber auf der anderen Seite hast du halt einfach nur Büsche. Dahinter fahren halt die Autos und gegenüber sind die Fußgänger. Wäre natürlich scheiße, wenn dich dann jemand beim Pissen beobachtet. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, aber eigentlich bist du ganz gut geschützt. Von oben kann natürlich, oben ist eine Brücke drüber. Wenn da jetzt jemand langläuft und runterguckt, wäre natürlich scheiße, wenn er dir beim Pissen zuguckt. Ja, vielleicht ist es doch gar nicht so geil. Weil, naja, okay, ist halt scheiße, was soll's.